In diesem Video geben wir eine kleine Vorstellung, wie unsere H2PRO Wetting Agents ihr Wassermanagement optimieren. Hier sehen Sie eine schmale Schale mit Erde aus der Wurzelzone eines Golfplatzes. Die Erde wurde getrocknet, leicht gesiebt und in die Schale gegeben. Fügen wir jetzt etwas Leitungswasser auf die Wurzelzone zu, sehen wir deutlich, dass sich das Wasser auf der Oberfläche ansammelt. Wir geben 10 Tropfen darauf, die sich sofort zu einem großen Tropfen verbinden. Wie Sie sehen, gelangt das Wasser nicht in die Wurzelzone. Wiederholen wir den Versuch erneut, diesmal wieder mit reinem Leitungswasser. Wieder sammelt sich das Wasser auf der Oberfläche an. Hier passieren zwei Dinge. Der Sand ist hydrophober Sand, was bedeutet, dass der Wasser abstößt. Die hydrophobe Eigenschaft verhindert, dass das Wasser in den Sand eindringt. Und Wasser hat eine ziemlich hohe Oberflächenspannung, deshalb möchte es automatisch einen Tropfen bilden. Sie können sich vorstellen, wie nutzlos Bewässerungsanlagen für den Rasen mit dieser Art Wurzelzone sind und wie stressig es werden kann, mit diesen Bedingungen zu arbeiten. Wie gehen wir also mit solchen hydrophoben Bereichen um? Was können wir tun, damit sich das Wasser gleichmäßig in der Wurzelzone verteilt? Es gibt zwei Lösungen für dieses Problem. Die erste ist die am häufigsten genutzte. Wir können den Boden behandeln, damit keine hydrophoben Bereiche entstehen oder ihn nachträglich behandeln. Unsere H2Pro TriSmart und H2Pro AquaSmart Wetting Agents schaffen das. Wir zeigen es Ihnen. Wir tröpfeln H2Pro TriSmart auf den hydrophoben Sand. TriSmart ist unser Premium Wetting Agent für sandige Tragschichten. Das sorgfältig formulierte Produkt setzt die Oberflächenspannung des Wassers herab, damit es in die Wurzelzone eindringen kann, wo es die hydrophoben Bereiche behandelt. Nehmen wir jetzt etwas Wasser und geben es auf den Teil mit H2Pro TriSmart, läuft das Wasser in den Sand. Das Wasser bildet dort noch Tropfen, wo TriSmart nicht eingesetzt wurde. Sie sehen das hier. Jetzt zeigen wir, wie H2Pro AquaSmart funktioniert. Unser Wetting Agent für Fairways, Sportflächen oder die Rollrasenproduktion. Seine Formel unterscheidet sich von TriSmart. Hier sehen Sie, dass H2Pro AquaSmart die gleiche Wirkung hat wie TriSmart, aber es dauert länger, bis die hydrophoben Bereiche durchbrochen werden. Aber natürlich funktioniert es genauso gut. AquaSmart gemäß der entsprechenden Aufwandmenge verdünnt, sickert in die Wurzelzone. Hier sehen Sie es. Geben wir jetzt wieder Wasser auf die Stelle, sickert es jetzt ganz gewöhnlich ab. Hier, wo AquaSmart nicht eingesetzt wurde, sammelt sich das Wasser an. Sowohl H2Pro TriSmart als auch H2Pro AquaSmart sind nachhaltig wirkende Wetting Agents. Sie durchbrechen den hydrophoben Bereich der Wurzelzone und ermöglichen es Wasser, sich in der Bodenschicht zu verteilen. Wie erwähnt, gibt es zwei Lösungen. Die zweite ist, die Oberflächenspannung des Wassers herabzusetzen. Wir zeigen Ihnen das, indem wir einen Tropfen H2Pro FlowSmart auf das angesammelte Wasser geben. Man braucht nur einen Tropfen, um die Oberflächenspannung des Wassers herabzusetzen, damit es ablaufen kann. Wir zeigen es nochmal mit nur einem Tropfen. Es ist sehr nützlich, damit Wasser in Wurzelzonen eindringen und sich dort ausbreiten kann. ame Wurzelzel